Hallo, ha und ich komme, herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop. Heute am Montag, den 6. Februar. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die neue Woche und wir gucken gleich mal hier in dem Shop, was es denn Schönes gibt heute. Ab nach oben. Okay, es gibt ein Paket, das ist nach 36 Tagen zurück. Ewiger Konflikt. Gucken wir uns einmal an. Hier einmal Sakria. Mit ihren Schwingen. Dann haben wir Melkor. Der hat auch solche Schwingen in Rot. Tugend, die Axt. Und dann hier Böser Blick. Und dann gibt es noch eine Lackierung dazu, himmlisch. Alles, wie gesagt, nach 36 Tagen zurück. Hier dann nochmal alles einzeln. Und wir düsen ab in die nächste Zahl. Da haben wir den Kantenfaktor. Nach 53 Tagen zurück. Hier mit Hedron. Back-Bling. Back-Bling. ISO. Mit dem Eck-Stern. Na, mit dem Eck-Stern. Dann haben wir die spitze Achse. Und der Gleiter. Alles, wie gesagt, nach 53 Tagen zurück. Auch das alles nochmal einzeln. Dann haben wir hier Team-Ursprünge. Stile aus jeder Season in Kapitel 1. Da fangen wir jetzt mal an mit den ganzen Symbolen. Gucken wir uns einmal an hier. Da haben wir den Schirm. Superschirm. Gewinner-Drache. Das die Gefahr. Sieg des Besuchers. Maskierter Drift. Unseren Kevin. Das Eis-Accessoire. Banane-Nane. Neo-Zukunft. Und Season X. Jawohl. Dann haben wir die ganzen Skins dazu. Lucky Landing. Also Lucky Lenkerin. Die können wir hier. Also Season 1. Kann man ausrüsten von 1 bis 10. Und da gibt es natürlich verschiedene dazu. Salty Streiterin. Tilted Trooper. Risky Regentin. Das die Draufgängerin. Dann haben wir Flasch Furchtloser. Die Kerle. Wailing Wüter. Sessel Soldat. Tomato Terror. Pleasant. Patrouillegänger. Symbol der Saison. Okay, das fangen wir am Anfang. Hier dann alles. Zum Aussuchen. Dann haben wir hier als Paket auch. Einmal die Mädels. Einmal die Herren. Und dann geht es in den täglichen weiter. Haben wir einmal die Abtrünnige. Die ist zurück nach 39 Tagen. Günstiger Skin. Dann haben wir den Krabbenkönig. Der ist nach 38. Gar nicht wahr? Nach 265 Tagen zurück. Hat noch einen weiteren Stil. Schimmer. Ach, in Schimmer. Komm, das sehen. Backlink dazu. Die Rückenkelle. Dann gibt es den Funkenzünder. Auch der ist nach 283 Tagen zurück. Okay, geht es noch weiter. Lass es regnen, haben wir hier nach 428 Tagen zurück. Royale Muckis nach 440 Tagen. Und IO Attack ist zurück nach 706 Tagen. Ja, dann haben wir hier noch Dragon Ball. Kit Leroy. Die Ikonen mit dem neuen Cypher-Paket. Drachen von gestern. Ja. Wie gesagt, alles noch von gestern geblieben. Und die ganzen Valentinstag-Skins sind auch noch da. Okay. Das haben wir heute. 113 Sachen im Shop. Okay. Dann mach hallo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Sem. Bis zum nächsten Mal. Fucking Sperm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.